Der renommierte Moderator Johannes B. Kerner schreitet erneut zum Altar und das zum zweiten Mal. Nach nur kurzer Zeit der Beziehung hat der 59-jährige Moderator seine Freundin geheiratet. Der renommierte Moderator Johannes B. Kerner betritt erneut den Pfad der Ehe und das zum zweiten Mal. Berichten zufolge hat der 59-jährige Moderator seine Freundin geheiratet, nur wenige Monate nach Beginn ihrer Beziehung. Die neue Frau an Kerners Seite ist eine 32-jährige Kunsthistorikerin, wie die ÜBILDU-Zeitung berichtet. Die beiden lernten sich bei einer Veranstaltung kennen und sind seit Herbst 2023 ein Paar. Die Hochzeit fand im kleinen Kreis in einem Standesamt in München statt. Kerner war zuvor mit Britta Becker verheiratet, deren Ehe im Jahr 2016 endete. Die beiden hatten sich 1996 kennengelernt und nur wenige Monate später geheiratet. Aus ihrer Ehe gingen vier Kinder hervor, die älteste Tochter Emily Blommer sowie Nick David, Polly Marie und Gilly Lina. Die Scheidung wurde im Jahr 2019 vollzogen. Johannes B. Kerner, bekannt für seine erfolgreiche Karriere als Moderator und Journalist, ist eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Seit vielen Jahren prägt er das Unterhaltungs- und Nachrichtenformat und hat sich einen Namen als einer der angesehensten Moderatoren des Landes gemacht. Und jetzt gib mir mein Futter. Und vergiss nicht zu abonnieren und etwas Liebes in die Kommentare zu schieben.